Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead Ja und in der letzten Folge haben wir hier ein paar Streuner gekillt Und wir haben einen Gasbrenner geholt Und damit sollen wir wohl den Tank los machen Ich habe ein Blotorch in der Station gefunden Ich habe einen Blotorch in der Station Ich sollte schnell die Beziehung ab da Excellent, ich komme da mit dir und habe einen Blick Hm. Tja. So. Tja, das werden wir sehen. Tja. Was ist das? Die Klee, die leckert. Schau es weg, Mann. Ich will nicht meine Augen aufbauen. Wollt ihr das Klee mit etwas plugen? Ich hoffe, es gibt Klee. Das ist verrückt. Schau es weg. Ich habe es ungefähr geschafft. Woah, danke. Keine Angst, Mann. Das Klee ist mit einem Klee. Das kleinste Klee wird es gehen. Ich kann es nicht erreichen. Hier. Die Klee ist aus meiner Sicht. Du denkst, es wird in meiner Sicht sein? Ha, nein. Aber ich werde dich über die Klee. Du bist so. Gott, du bist ein echtes Scheiße, nicht wahr? Schau es auf und starte Klee. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was machen wir jetzt? Das funktioniert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Guys! Come on! Jump! No! Jump, dammit! Still no! Fine. Shit! Run! No! Her! Not me! Grista! No! Fuck! You piece of shit! She's a woman! Don't you know she... Baby. It's okay, honey. I'm okay. That was a lot of them. Are you hurt? No. We're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Wow. We're fine. We're fine. You are fine. Untertitelung des ZDF, 2020 Next stop, the Atlantic We have to find a boat, we just have to We will It's gotten too bad, you know You, me Nobody can take all this But we have What we're supposed to do isn't clear anymore I'd give anything to go back to fighting over the motel Me too I'll leave you to your thoughts She's out cold like I've never seen Can't wait for you to get to Savannah, Clementine I got your parents right here And you be sure to find me Whether Elite wants you to or not Now, what I need Holy shit I thought that fucking thing was broken So did I Well It sounds like somebody knows where we're headed Who the fuck I don't know But I doubt we're gonna be happy when we find out Und wir sind angekommen We're almost at the river You wanna get on a boat You wanna wait around till the walkers figure out we're here We need to focus on finding the boat right now Like we talked about on the train I don't know how much longer he can keep on like this If his leg gets any worse We're gonna have to carry him Or leave him If I were you I'd get out of the street Now Who the hell is this? Answer me, damn it So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you You understand? I'll kill you Haben sie nicht erschossen Did you, Abaddon, Lily Du und 43% der Spieler Haben sie verlassen Vielleicht war das auch nur ein Anzeige-Bug Weil hier Sehe ich gerade Did you fight Kenny Du und 55% der Spieler Haben gegen Kenny gekämpft im Zug Anscheinend sind das doch die Entscheidungen, die ich gemacht habe Na gut Okay Hast du Duck erschossen? Du und 79% der Spieler haben ihn erschossen Und Hast du Omid geholfen? Du und 55% der Spieler haben Omid geholfen Ja Gut Das war Das war die dritte Episode Von The Walking Dead In der ersten Staffel Und Ich bin gespannt auf die vierte Bis dahin Macht's gut Und Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal